Du meinst? Ich mach das extra Video nur mit Clips von dir, Alter. Bitte was? Wenn man wirklich dem Asphalt nahe läuft, ja. Was können wir jetzt machen? Ich hoffe. Keybox Code 2303 2303? Ja, das habe ich sogar auf der Kamera. Also bitte, wenn ihr da seid, brecht ein. Geht? Funktioniert richtig gut. So 20 Minuten laufen. Aber das geht. Wir machen das Schlusslicht Julian, komm. Ach der Bro. Das darf dieser nicht sehen. Das werden noch super Ferien mit dir. Wir pumpen es im Mikrojahr. Was? Was ist das für mich? Man sieht es gerade schlecht. Bremse. Ja, aber wir laufen seit wie lange. 15 Minuten vielleicht. Wir brauchen eigentlich noch einen Schott, wie wir dort zu dritten am Poolerang sind. Ja. 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 Ich schlafe noch ins Wasser. Ich bin so betrothed. Wuuuuhhhh! Nein, nein, nein! Ich habe es gefühlt! NICO! Ich weiss nicht ob man es wirklich sieht, aber dort oben ist Kondenswasser Die Klimaanlage, weil wir hier so kalt eingestellt haben Es ist brutal kühl Wir haben hier aber 24 Grad eingestellt Und es sind never 24 Grad Es sind vielleicht 20 Oh, was haben sie gesagt? 4 Summer Steel Wir haben keine Sammeln Nein, nein! Bro, wir sind vorhin gleich auf Ich denke, es ist so MULCH Alter, eigentlich hättest du mich noch mal bei so einem Scheiss-Chicken-Ding Warte, ich nehme einfach 2 Summer Speed Und 4-4 Ich möchte halt jetzt filmen Aber ich muss 6 rausnehmen Oh, oh! Golfau! Oh! Wer will das letzte Summer Speed? Was? Das letzte? Das ist das zweitletzte Was? Oh! 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 Wer hat noch Bier wollen? Ich habe 4 gezahlt Gibt's ihm Sascha? Ich habe kein Bier, Eri Gibt's ihm Sascha auch noch Das ist äh... Das ist äh... Das ist Chicken Rack Das ist so grusig, Alter! Das ist so nassig Das sieht so nassig aus Ja... Das ist das jetzt! Tschüss! Mach' mo' Fetterli! Mach' mo' Fetterli! Mach' mo' Fetterli! Seid gut aus! Mach' mo' Fetterli! Mach' mo' Fetterli! Mach' mo' Fetterli! Ich habe jetzt am Eriks in die Kamera geklaut. Es tut so, als wäre ich ein Ries. Ich würde auf den Knoe laufen. Neeeeee! Probier's! Probier's mehr! Neeeeee! Ich kann nur! Ich bin der Mensch aufnahlen von oben. MTV Crips! MTV! MTV Crips! Show my Willow! Komm! In this boy! Nice! Ich bringe mich um! Ganz sexuell! Ganz sexuell! Ganz sexuell! Was? Ich würde jetzt sagen, dass er die sexuell belästigt. Und auf alle diese Art. Also so, nein! Jetzt fragst du mich, ob ich zaubern kann? Nein, ich bin jetzt broke. Ich will noch mehr Geld. Dann können wir viel machen. Hä, verdammt wenig! Ja, okay. Cringe! Wir sollten gehen! Wir sollten gehen! Jetzt baut einfach die Kamera drauf und schaue, was ihr sagt. Ist eine gute Idee! Scheisse! Er hat die Ruhe umgedreht! Wir sind hier! Wir... Hallo! Es ist ganz heiß! Es ist ganz heiß! Es ist ganz heiß! Es ist ganz heiß! Deine Freundin schießt! Wir sind noch zusammen! Warum? Weil... Oh mein Gott! Ich bin einfach Babel! Ich bin mit der Gang, yo! Es ist Freitagnacht! Ich gebe keinen Fuck, ey! Juice in meinem Cup! Steig in meinen Lambo! Cruise durch die Stadt! BVS am Handgelenk! Treib mich mit einer Tat! Schau das an! Ja, die verdammte Jacht! Aber du bist halt einfach arm! Darum musst du mit uns hängen! Nein, nein, nein! Ich habe mich euch anpassen müssen! Also bitte! Sonst wäre es bei mir ein Hotelzimmer geworden! Ah ja! Nein! Issa! Wuhuu! Weisst du wer noch dran ist? Sorry! Let's go! Ich habe die... Nein, eben die streichen lassen! Die hat sicher 1 oder so! Crazy? I was crazy once! They locked me in a room! In a rubber room! A rubber room with rats! And rats! Made me crazy! Crazy? I was crazy once! They locked me in a room! In a rubber room! In a rubber room! A rubber room with rats! A rubber room with rats! And the rats made me crazy! Crazy? I was crazy! A rubber room with rats! They made me crazy! Crazy? We need to have a chicken! We're good! We're good! We're good! We're good! We're good! Vielleicht kann ich mir noch einen Biss holen. Julian, darf ich einen Biss von deinem feinen Knobelbrot? Gut, kann ich weitwinkeln. Ich sehe mal den Julian. Feines Bier, feine Olivensausse. Olivensausse? Genau. Das ist jetzt. Liebe. Alter, ich nenne das Video einfach Erik und Julian. Wie fühlst du dich? Bro, ich bin verdammt. Aber ich bin verdammt bereit für diese scheisse Bar. Lachen wir sie. Ich versuche, mit dem Wasser zu starten. Mit dem Wasser zu starten. Glaubst du es ihm? Wollen wir ja dort sein? Zickzackbar. Glaubst du es ihm? Ich glaube es auch nicht. Nein. Erik geht dort rein. Oh, das ist ja verdammt billig. Ich nehme gerade zwei. Ja, aber schon. Wir gehen jetzt in Zickzackbar. Und in Zickzackbar geht es ganz viel Schweizer anscheinend. Entschuldigung. Anders geht es nicht. Wir gehen in die Stadt, Alter. Wir gehen in die Stadt. Alkohol ist nur am Rande akzeptiert. Ausgang! Ausgang! Ich freue mich verdammt. Ich freue mich verdammt. Ich bin verdammt satt, aber ich freue mich mega. Verdammt chillig. Verdammt chillig. Was hättest du dazu? Absolut Discount mässig. Das ist eine verdammt schöne Pussy. Egal Simalka. Reset. Sorry, sorry. You see. I'm glit red. Can I make you wet? Donkey Conte. Leckeres Bierchen. Kurze Frage. Ist das ein Supermarkt? Nein. Nein. Das ist ein Markt für die super Leute. Zwölf Leute nie wieder. Ram 2. Steady Bangles. Willy Wonka. Prinz. BJ Cullen. Nein, das ist der Nico. Wer sind die Ohrenge da jetzt? Ja. Ich bin schwarz. Wahnsinn. Ich bin es blöd. Ich bin jetzt blöd. Zählte. Er ist glöd. Ja. Ich bin glöd. Ich bin glöd. Ich bin glöd. Ja. Ich bin glöd. Das ist nicht so, was ich gedacht habe. Hallo Saschas Freundin! Wie ja wie, jeder Partygänger. Ist gar nicht so schlecht. Whisky Gola? Schmeckt man? Musst du noch fahren? Geil, geil, geil. Aber du kriegst es euch nicht. Ah, aber sie ist Julian. Da habe ich jetzt gerade kommen. Status Quo, es ist viel betrunkeniger als vorher. Es ist gerade ziemlich kritisch. Aui will die Kamera haben. Aui will Strip Cop! Ich will etwas sagen. Aui! Ausser dich, ich habe Freundin, oder? Also! Let's make a night! Wie viel kostet ihr denn Scheggi Gola? Ich bin immer der mit zwei Bier. Ich bekomme nur zwei Bier. Ich nehme nur zwei auf einmal. Michi nimmt die Schwänze ins Maul. Michi nimmt die Schwänze ins Maul. Er hat mein Schnapp ins Maul genommen. Tschüss! Ich habe zugeschaut. Ich habe eine Nachricht für Youtube. Wenn ihr eine fette Party machen wollt, dann geht ihr in den Kasselflug. Wenn ihr von der Schweiz seid, dann sage ich euch, ich liebe meine Schweizer Bastel. Wir haben zu viel Geld. Wir in der Schweiz, wir haben alle zu viel Geld. Du bist vorab gezogen. Du hast echt viel Geld. Ich sage es mal so. Die Berner haben nicht viel Geld. Die Berner haben es verdient, um zu sagen, wo es zu kloppen. Und darum sage ich es. Für euch Motherfuckers. Ja, Mann! Das sehen maximal 50 Leute. Hättest du aufgenommen, wie viele Male, wenn ich Männer geküsst hätte? Ich könnte die Suhre gegen mir brauchen. Hallo, ich bin Jael. Ich trinke Wasser, wo ich mich vorbilde. Es gibt nur Wasser, 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 Wasser im All. Oh nein! It's my life! It's my life! It's my life! So, von dem her, macht es ohne Alkohol. Es ist lustig, ohne Alkohol. Vor allem, euch weint nicht schlecht, wenn ihr zu viel Alkohol trinkt. Ich bin zu einem verzahmen. Wichtiges Zeug! Wichtiges Zeug! Oh yes! Wenn ich es jetzt machen müsste... Ich habe keine Chance! Ich kann mich nicht mal wehren! Julian geküsst. Und ich fahre es jetzt. Ich habe Julian dreimal geküsst. Und das ist gut gesehen. Keine Angst, ich habe Wasser. Das ist wirklich der Moment, wo ich in meinem YouTube Video sagen kann, damit kein Alkohol. Wir sind nur wegen mir da. Das ist genau im Fall. Vielleicht ein bisschen zu euch daran, dass ich ca. 5 Probel habe. Ja, also das auch noch. Ja, also das auch noch. Meep! Er hat es so verdient. Er hat es so nicht schlecht gehabt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, dieser hat es so verdient. Julian, was sagst du dazu, dass die Sonnengliebe wieder rausgeht? Warte, warte, zeig dir, was ich jetzt... Hallo! Nein! Ja, nein! Wir geben den Ball in zum Noel. Ich glaube, wir sollten langsam ins Bett. Es ist... Ich bin... Alter... Alter, wir werfen mal nie, was wir aufstehen. Hey! Das wäre so ein Öpfen, Mann. Es schmeckt überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Darf ich es so probieren? Ich habe noch nie einen Kino. Ja, bitte. Hallo? Ja, bitte. Darf ich es? Wir reden eh alle herfes, scheissegal. Hast du alle? Die haben mindestens 12. Weisst du wie viel Mal war, aber der Michi hört auf meine Schuhe. Krivi mit Schale. Richtig gut. Film bitte rüber schnell. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist Sprite mit Vasso. Nein, das ist nicht. Toh! Ich schwöre, ich schwöre, oder? Ja, wieso? Das ist ein Sprite mit Vasso. Sorry, Isa. Das ist jetzt abgur. Wir filmen schon neun Minuten. Ein Pferd und ein Affen. Ein Pferd und ein Affen. Wer will was machen? Wir filmen. Wir filmen.